Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 513, meine Damen und Herren. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hi, hallo. Ja, und jetzt müsst ihr euch so Grillenzirpen vorstellen, weil bei den anderen hat es leider terminlich nicht funktioniert. Aufgrund dessen, dass wir ja wegen dem Pokalspiel von gestern, über das wir gleich sehr intensiv sprechen wollen, am heutigen Donnerstag aufnehmen, war das alles so ein bisschen, ja, difficult, würde der Spanier heutzutage wahrscheinlich sagen. Von daher sind wir hier in kleiner Runde, aber ich glaube Marvin, wir zwei kriegen das bestens hin, hier großartig die Redeanteil wunderbar zwischen uns zu verteilen und Spiele der Eintracht zu besprechen. Na klar, auf jeden Fall, das kriegen wir hin. Genau, bevor wir soweit kommen, aber natürlich, wie sich das gehört, am Anfang ein bisschen Hausmitteilung und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es jetzt aufgrund von zu viel Arbeit in der Woche nicht geschafft, Buchhaltung zu machen und hier einzelne Namen rauszusuchen. Aber deswegen geht einfach der Dank an alle da draußen, die uns hier regelmäßig unterstützen. Letzte Woche hatten wir an der Stelle ja unseren Partner da an Bord, das wollten wir mal ausprobieren. Da war die Resonanz von euch unterschiedlich, da würde es mich tatsächlich freuen, wenn da der ein oder andere auch nochmal Feedback zu gibt. Und ansonsten, wenn ihr uns hier unterstützen möchtet und da helfen schon kleine Beträge, 1, 2 Euro, die ihr an uns schicken könnt, dann findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst, auf unserer Seite eintracht-podcast.de. Da gibt es den Reiter Support und da könnt ihr dann rausfinden, wie ihr uns hier unterstützen könnt, damit wir auch im Juni noch über den DFB-Pokal sprechen können, nämlich über das DFB-Pokalfinale, was am 3. Juni stattfindet. Aber da wollen wir jetzt noch nicht drüber sprechen, sondern über das gestern stattgefundene Spiel unserer Eintracht gegen den VfB Stuttgart in Stuttgart. Und ja, ich würde mal sagen, das war ganz ordentlich, oder Marvin, wie siehst du das? Es war unfassbar. Also natürlich müssen wir jetzt gleich nochmal einzeln sortieren, wie die unterschiedlichen Partien bzw. Hälften liefen. Aber das Endergebnis, das gibt mir tatsächlich mal wieder Hoffnung. Also ich muss echt sagen, dass dieser Eintracht es endlich mal wieder schafft, überhaupt ein Spiel zu gewinnen, dann noch so ein wichtiges Spiel gegen Stuttgart, gegen einen VfB. Das muss man ja wirklich sagen, der in der letzten Zeit echt einen Mörder performt hat. Die haben richtig gute Spiele zuletzt gemacht. Die befreien sich so nach und nach. Hoffe ich auch, dass das dementsprechend ein glückliches Ende hat, weil ich habe keinen Bock, die in der zweiten Liga zu sehen. Das ist eine Traditionsmannschaft, das ist ein Verein, der auch in die Bundesliga gehört. Und der jetzt mit Hoeneß natürlich auch einen Trainer hat, muss man auch sagen, neidlos anerkennender, der genau die richtigen Knöpfe drückt. Und auch gestern der Eintracht das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat, aber umso besser trotzdem für uns. Das glückliche Händchen, aber auch so ein bisschen die Qualität hat die Eintracht an dem Tag, an diesem Abend mal wieder gezeigt. Es ist eine Pokalmannschaft, aber die Mannschaft hat auch gezeigt, dass sie eine gewisse Klasse hat. Und dass die Einzelspieler endlich mal wieder in der Lage waren, und jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen zu den Einzelheiten dieser Partie, dass sie schon wieder nach einem Rückstand natürlich lange gebraucht haben, aber mit Minute zu Minute ein bisschen besser reingekommen sind und dann eine solche zweite Halbzeit abgefackelt haben, bei der man sagen kann, okay, das war mal wieder die alte Eintracht. Da muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut vor. Das war ziemlich, ziemlich geil. Ja, aber wie du schon richtig gesagt hast, also Stuttgart hat uns das Leben schon ordentlich schwer gemacht. Die waren von Anfang an hoch motiviert. Ich meine, die kamen ja auch aus durchaus den Erfolgserlebnissen aus der Liga. Für die war das ein absolutes Bonusspiel. Klar ist da der Fokus auf der Liga, aber die nehmen da natürlich auch irgendwie alles mit, was da an der Stelle einfach auch geht. Und du hast von Anfang an gesehen, die sind hoch motiviert. Ich meine, allein schon bei der Aufstellung, da standen fünf Stuttgarter an der Mittellinie, um einfach nur drauf zu warten, bis angestoßen wird, um dann direkt überfallartig in den Strafraum der Eintracht zu gehen, um direkt irgendwie Druck aufzubauen. Also da war klar, in welche Richtung das geht. Und man muss natürlich auch dazu sagen, auf der Eintracht-Seite waren ja jetzt auch ein paar Rückkehrer aus Verletzungen mit drin. Wani, der jetzt nicht so ganz lange ausgefallen war, aber der vielleicht dann auch noch so ein bisschen zurückhaltend ist, so nach dem Motto, wie klappt es mit den Adduktoren? So, das war jetzt nur am Magen-Darm, das war jetzt wahrscheinlich auch unkritisch. Aber dann hast du in der Abwehr einen Indiker, der einfach jetzt aus zwei Wochen Verletzungspause kommt, wo einfach auch der Rhythmus so ein bisschen raus ist, dass man dann vielleicht auch als Mannschaft so ein bisschen braucht, um da wieder reinzukommen. Nachvollziehbar. Dann hatten wir diese zwei frühen gelben Karten, ich glaube in der dritten und in der sechsten Minute, wenn ich mich nicht vertue. Wo du dann halt auch ein bisschen zurückhaltend bist und dann hast du diesen überfallartigen VfB, dass du dann so ein bisschen, ja, zurückhaltend, schwierig da unterwegs bist, kann ich schon nachvollziehen. Und man muss halt auch dazu sagen, bei dem 1-0 für Stuttgart, sie machen das halt auch echt gut. Also was ein Tor, man muss ja wirklich sagen, herausragend auch gemacht. Ich glaube, der Pass kam ursprünglich von Waldemar Anton, an dem war die Eintracht ja auch mal interessiert. Da musst du dich in dem Moment auch dran denken, dass du den so oft auf der Liste hattest. Genau, ja, ja, aber es ist halt, ich meine, es ist halt ein Spieler, der bei Hannover schon gezeigt hat, was er kann und dann aber sich jetzt zuletzt auch nochmal bei Stuttgart echt ordentlich entwickelt hat. Und da kommt dieser wunderbare Pass, war nur Mann dann am Start, verarbeitet ihn weiter, dann weiter geht es zu Thiago Tomas. Tomas, auch echt ein Spieler, der sehr gefährlich an diesem gesamten Abend war. Und dann auch, du hast so vollkommen gesehen, was das für eine Waffe dann auch sein kann, wunderbares Tor. Und das war ja der Startschuss und danach ging es aber eigentlich fast ein bisschen schon so weiter, wo ich auch echt Respekt hatte und echt das Gefühl hatte, okay, das kann hier jetzt auch ganz schnell in eine ganz andere Richtung gehen. Ja, also Stuttgart war in dem Moment schon in ihrer absoluten Drangphase und war deutlich näher an dem 2-0 dran. Und ich glaube, aus einem 2-0 Rückstand kommst du dann auch nicht mehr so easy da irgendwie dann an der Stelle raus. Ich denke mal, was uns ein Stück weit dann am Ende auch geholfen hat, war ja, dass ja dann so ab der 25. Minute auch diese Schwierigkeiten beim Afropanos angefangen haben, der ja einen Schlag abbekommen hatte, den sie ja dann auch in der paar 30. dann auswechseln mussten. Der ja gerade auf dieser Außenbahn, die man ja, was man so am Anfang gesehen hat, auch so ein Stück weit, glaube ich, die Taktik von Hoeneß war, diese eine Seite so ein bisschen zu überladen, ist dann einfach nicht mehr aufgegangen, weil er ja dann auch umstellen musste. Dann kam ja Zagadou rein und damit ist so ein bisschen die Statik im Stuttgart-Spiel verloren gegangen und da fand ich einfach auch, dass man das auf Eintracht-Seiten dann oder die Mannschaft das dann einfach auch erkannt hat und dann gesagt hat, okay, das ist jetzt unsere Chance, wir haben jetzt hier wieder gleiche Ausgangspositionen, wir müssen uns beide wieder ein bisschen rütteln, jetzt lass mal Gas geben, weil ab der 30. Minute fand ich schon, dass das Spiel der Eintracht wesentlich besser geworden ist und wir waren eigentlich schon so zum Ende der ersten Hälfte ein Stück weit am Drücker, haben aber halt auch da wieder so diesen letzten Funken dann halt nicht versprüht. Also wir waren wieder zu sehr drauf bedacht, okay, wir spielen noch irgendwie eine Schleife und lass es uns noch genauer machen. Ja, wir haben umständlich gespielt. Du musst es so sagen, wir haben umständlich gespielt. Es ist aber, ich meine, ich finde es trotzdem gut, dass du es halt auch herausarbeitest, dass es durchaus ab der 30. so war, dass die Eintracht ein bisschen dominanter war, dass die Eintracht schon mehr ins Spiel gefunden hat, auch ohne sich unfassbare Chancen zu erarbeiten. Ja, aber so ein bisschen was war dann schon da und du hast dann gemerkt, ah, okay, es geht jetzt schon in die richtige Richtung. Kamada und Rode hatten, glaube ich, beide ganz gute Schusspositionen. Da war die Möglichkeit schon da, da vielleicht auch mehr draus zu machen. Gut, hast du nicht gemacht, aber du hast schon mal gezeigt, okay, du weißt noch, wo das Tor der Stuttgarter steht. Das war schon in Ordnung und daran hat man dann auch so weitergearbeitet, aber es ist halt sehr, sehr viel Arbeit gewesen und am Ende der ersten Halbzeit habe ich nicht gedacht, dass die Eintracht dann so krass aus der Halbzeit kam oder kommt, wie sie dann tatsächlich kam. Nee, also weißt du, weil du es gerade angesprochen hast, Rode, ich finde, man hatte in der ersten Hälfte quasi eine nahezu gleiche Kopie, wie nachher das 1 zu 1 gefallen ist schon mal. Also das, was ich ja schon, hatte ich es gesagt oder hatte ich es nur gedacht? Ich glaube, ich hatte es nur gedacht und hatte es vergessen in der letzten Sendung zu sagen, dass man, genau, weil Moani nicht gespielt hat. Jetzt muss ich einmal kurz Gedanken sortieren, weil Moani nicht gespielt hat, hatte ich es nicht gesagt. Ich fand zu dem Zeitpunkt schon, dass man Moani momentan anders einsetzen muss, weil in dem Moment, wo du ihn einfach wirklich zentral als Stürmer vorne positionierst, dadurch, dass die Gegner verstanden haben, dass der einfach saugefährlich ist, stellen die den konsequent zu. Du kannst das aber ja nutzen, indem du ihn so ein bisschen mehr auf die Außen fallen lässt, weil dann zieht er die Verteidiger mit. Und genau das ist ja zum Ende der ersten Hälfte schon mal passiert, wo er den Ball klatschen lässt, eben auf Rode, was du gerade angesprochen hast, der dann aber den Ball so ein bisschen blöd über den Schlappen rutschen lässt und dann geht das Ding halt drüber. Ansonsten hätte der den da schon gut auf den Kasten bekommen. Also da ist das Spiel einfach aufgegangen. Und ich glaube auch, was uns so ein bisschen geholfen hat, zu wissen so, okay, heute kann was gehen, diese Aktion kurz vor Ende der Nachspielzeit der ersten Hälfte, wo Trapp den Ball so blöd klatschen lässt und wir einfach Glück haben, dass Thomas dann einfach auch seine Füße nicht mehr sortiert bekommt und das Ding nicht auf den Kasten kriegt. Ich glaube, sowas ist dann auch nochmal so dieser Funken-Motivation nach dem Motto so, hey, wir haben so ein bisschen das Glück auf unserer Seite, die sind auch nicht so super drauf, selbst der, der in der ersten Hälfte echt super performt hat, versackt mal so ein Ding. Ich glaube, da gehst du schon mit so einer Motivation noch in die Hälfte und Glasner hat ja dann auch gesagt, okay, er hat einfach nochmal die Szenen in der Halbzeit gezeigt von der ersten Hälfte, was es gut funktioniert hat, um den Spielern nochmal Motivation zu geben, um ihr nochmal zu sagen, so guck mal, da waren wir schon gut unterwegs und wenn wir da einfach so ein bisschen mehr auch den Abschluss suchen, auch vielleicht einfach mal aus der zweiten Reihe schießen und das war anscheinend so das, was der Eintracht dann so ein bisschen dann den Dosenöffner gegeben hat, da mitzugeben, wobei ich auch sagen muss und den möchte ich an dieser Stelle sehr ausdrücklich erwähnen, ein Evan Endicker, was der in diesem Spiel an Metern gegangen ist und nicht nur, was der an Metern gegangen ist, sondern was der auch seine Mitspieler motiviert hat, was mir in den letzten Spielen immer gefehlt hat, jemand, der einfach auch mal auf dem Platz eine Ansage macht, der die Leute irgendwie antreibt, der war von Anfang an am Kommunizieren und ich fand diesen Motivation, diese Moral, die der ab dem ersten Moment auf diesem Platz versprüht hat, hat sich so dermaßen auf die Mannschaft übertragen, dass ja alle locker nochmal einen Meter mehr gelaufen sind. Ja, also das musst du mal sagen und du sagst ja die letzten Wochen, jetzt können wir auch schon ehrlich sein und sagen das letzte halbe Jahr fast. Ja, eigentlich auch schon in der Hinrunde, da ist es noch keinem Aufenthalt. Ja, es war, also es ist schon so gewesen, dass ein Evendika, der nachweislich unfassbar große Qualitäten hat und ein toller Spieler ist, die er aber in dieser Saison kaum anbringen konnte und kaum in einer Konsequenz anbringen konnte, in der du sagen kannst, das sorgt für Sicherheit. Gestern konnte er das. Ich habe gestern einen Evendika gesehen, der zuletzt vielleicht Motivation hat vermissen lassen und der Struktur im Kopf. Jetzt war das richtig gut und ehrlich gesagt war der ganze Defensivverbund, natürlich haben wir zwei Gegentore bekommen. Wir haben aber auch zwei Gegentore bekommen. Das eine Ding war so fast, du bist abgefälscht. Ja, der war abgefälscht. Das andere war ja brutal herausgespielt. Also gegen eine gute Stuttgarter Mannschaft, muss man auch sagen. Aber ansonsten muss ich schon dafür halten, für diese Eintracht, dass ein Tutor ein herausragend besseres Spiel gemacht hat. Der bekommt jetzt keine Note 1 deswegen. Das war ein gutes Spiel, aber das war auch endlich mal ein Spiel, was mir mal wieder sicher gegeben hat. Er hat viel kommuniziert, war auch viel sauer. Nasebe hat auch dazu beigetragen, dass sich die Situation in gewissen Arten und Weisen auch beruhigt haben. Ein Tikar war da. Das hat mir tatsächlich gut gefallen. Und gerade die drei haben es dann geschafft, jemanden, der einen schwächeren Tag hatte, wie Sebastian Rode, dann dementsprechend mal ein bisschen zu ersetzen. Rode ist ja dann auch rausgegangen. Für ihn ist ja Buta gekommen, der für mich dann auch besser ins Spiel und irgendwie gepasst hat. Dina Ibimbe ist ja dann in die Mitte gezogen. Also das war tatsächlich eine sehr smarte Idee. War gut von Glasner, dass er zur Halbzeit hier reagiert hat. Also diese Situation, wir haben den ersten zehn Minuten eigentlich noch okay Eintracht gesehen. Dann ging es wieder in die andere Richtung, die falsche Richtung. Und dann ab der 30. war die Eintracht plötzlich wieder da. Und dann ging es in der zweiten Halbzeit wirklich los. Und boy, oh boy, was war das für ein schönes Tor von Evon Dika in der 51. Minute. Vorbereiter Kolomuani hat er endlich mal wieder gezeigt, was er kann. Auch offensiv ist ein Dika, der durchaus ein Spieler, der seine Qualitäten hat und mitbringt. Und Vorbereiter Kolomuani kennt man natürlich aus der Liga. Und dann ging es eigentlich so weiter, René. Es ging dann relativ schnell. Ich meine, du hattest ja auch gesagt, Kamada schon in der ersten Hälfte. Er hatte Momente. Und ich finde, bei dem 1 zu 2 zeigt er einfach komplett seine Qualität. Er weiß, dass er den Spieler unter Druck setzen muss. Er kriegt den Ball in der Mitte. Er tankt sich dadurch. Und das, was er ja eigentlich auch kann und was ja auch, wie Glasner im Interview danach auch gesagt hat, dass er unter der Woche auch mit Kamada darüber gesprochen hat, dass er auch ruhig einfach mal so aus der zweiten Reihe so 14 bis 18 Meter auch mal draufhalten kann. Weil er hat ja eigentlich die Technik. Das macht er dann halt auch genau richtig. Sucht den Abschluss. Er hat, glaube ich, auch ein bisschen Glück davon, dass der Torhüter von Stuttgart da jetzt nicht so 100 Prozent auf dem Posten ist. Ich glaube, wenn der an dem Tag richtig gut unterwegs wäre, dann hätte der da auch seinen Finger dazwischen gehabt. Aber der macht das halt schon einfach richtig gut. Und da den Druck zu erhöhen, diesen Schuss dort zu machen. Und dann dreht sich das Ding halt einfach auch. Und danach war es so ein Stück weit so ein Selbstläufer. Ja, auch beim 1 zu 3 ist ja auch Endika, nee, Endika sag ich schon, Kamada beteiligt, wo wir halt mal aus einer Standardsituation quasi ein Tor machen. Nur, dass wir nicht die Standardsituation haben, sondern Stuttgart die Standardsituation hat, die natürlich auch irgendwann Risiko gehen mussten. und es erinnerte mich so ein bisschen pokalmäßig auch in der Rückbetrachtung so ein bisschen an diesen Gacinovic-Lauf. So, okay, vom eigenen Strafraum ist es keiner mehr da. Gut, es steht halt noch einer im Tor, aber gewisse Ähnlichkeiten sind da. Und dann durch und dann Kamada mit der Übersicht und legt das Ding auf Moani. Ja, und Brettler hat ja keine andere Möglichkeit. Entweder geht nicht hin, dann ist die Chance groß, dass Moani trifft, weil der kann halt schießen. oder er geht halt hin, dann ist die Chance halt groß, dass er ihn vor den Füßen holt. Also, da kannst du ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen, da kann der auch nichts anderes mehr tun am Ende des Tages. Definitiv, ja. Also, ja, aber das waren halt wirklich herausragende Minuten, der Eintracht, wo du gemerkt hast, okay, plötzlich funktionieren die Automatismen wieder. Die alte Eintracht ist schon ein Stück weit wieder da. Aber wir haben gesehen, dass, ja, die Wiederauferstehung und das Daichi Kamada, das, ja, das, ja, feinfüßtliegen, der ja schon einfach ein Spieler ist, der eine Qualität hat und auch, naja, jetzt auch mal sein Statement an Journalisten mal wieder abgegeben hat, dass er noch da ist. Ja, kann man machen, wie man will. Ist vollkommen in Ordnung. Ein Götze war spielerisch ein bisschen präsenter als die letzten Partien, wo ich dann auch gedacht habe, was ist mir eigentlich mit dem los? Der meckert immer noch zu viel, der muss immer noch aufpassen, dass er nicht eine Gelb-Rot irgendwann bekommt, wegen der ganzen Meckerei. Das war kritisch zwischenzeitlich, ja. Das war wirklich kritisch, aber ich will sagen, insgesamt war das schon eine verbesserte Eintracht, die in den entscheidenden Momenten, du hast ja jetzt eben schon die Tore skizziert, auch da war. Und, ja, dann 3-1, Kolomuani macht halt diesen Elfmeter, ja, war ganz klar, berechtigte Elfmeter, brauchen wir nicht drüber reden, haut das Ding dann wirklich auch gut rein. Ja, und dann denke ich einfach, okay, jetzt läuft's, ne? Jetzt läuft's. Aber dann kommt halt die alte Eintracht doch wieder raus. Ja, aber auch denkst du, okay, dieses Ding hätte, dieses Tor hätte man an so vielen Stellen irgendwie verhindern können und wir schaffen's nicht, dann wird der Ball noch blöd von der Hüfte von Hasebe, der versucht da irgendwie in die Schussbahn zu springen, abgefälscht, da kann Trapp dann halt am Ende des Tages auch nix mehr machen. und dann weißt du, okay, reguläre Spielzeit sind jetzt irgendwie noch zehn Minuten, wir hatten eine ganze Reihe von Unterbrechungen und es waren ja auch eine ganze Reihe von gelben Karten, die da schon irgendwie über den Platz geflogen sind. Dementsprechend wird ein bisschen nachgespielt und dann ist es wieder so typisch Eintracht und dann sitzt du als Eintracht-Fan da und denkst so, okay, das werden jetzt die fucking längsten 15 Minuten meines Lebens. Und es war halt auch genau so. Es war wirklich ein absolutes Terrorspiel dann, wo ich dann auch gedacht habe, okay, was ist denn hier los? Also zwischenzeitlich vor dem 2-3 war es ja auch so, dass sich die Stuttgarter schon wieder total dumme gelbe Karten abgeholt haben und haben dann schon, also beispielsweise Breno Sosa, wo ich gedacht habe, Alter, du kannst auch nach so einer schwachsinnigen Aktion, dass du dir Geld abholst, insbesondere weil du ja wusstest, dass der Schiedsrichter ja auch die Karten durchaus hat locker sitzen lassen. Also ganz ehrlich, man hat gemerkt, okay, wenn da eine größere Situation ist, dann pfeift er und zeigt gelb, dass du dann wie Breno Sosa so blöd bist und deine Mannschaft mit so einer gelben Karte in die Bedulie bringst und das haben wir dann später ja gemerkt. Nach dem Tor der Stuttgarter hat er durchaus gefehlt, weil dann hat er gelb-rot bekommen in der 86. Minute und da braucht der VfB eigentlich die Leute, um nochmal ein bisschen Druck aufzubauen, um nochmal der Eintracht noch mehr Druck zu machen, die ja zwar schon mit Mann und Maus irgendwie versucht haben, jetzt das 3-3 abzuwenden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wäre das Ding zu einem 3-3 geendet, hätten wir das Spiel dann definitiv verloren. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal rausgekommen wären. Ja, ich glaube ich, das wäre echt schwierig gewesen. Aber trotzdem, es sind diese Momente, es sind diese Momente, dass wir das dann überstanden haben. Wir werden gleich über eine strittige Situation noch sprechen. Es sind diese Momente und dazu kommt natürlich auch ein gewisses Glück. Du hast eben Mavropanos angesprochen, der musste ausgewechselt werden. In der Minute war das tatsächlich ganz gut für uns. Ich erinnere mich auch an Waldemar Anton, der ja auch zu einer relativ kuriosen Szene Mitte der 60. irgendwie Pan 60. ausgewechselt wurde. Aber Anton, der auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Sagen wir es mal so, er hat sich quasi selbst ausgewechselt. Das war krass. Ich habe gedacht, der wäre verletzt. Nee, der hat Magen-Darm. Völlig absurd. Ja, und dann siehst du, der siehst du in der Rennung und so, okay, das kann der jetzt aber nicht sein. Der Arm, tut mir auch leid. Sagen wir mal so, wenn der Stift schon anfängt zu schreiben, dann läufst du auch schnell zur Toilette. Ja, das ist ein schönes und gleichzeitig sehr schlimmes Bild, dem ich mich jetzt noch nicht näher widmen will, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid nicht am Abendessen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ja, das ist alles gut. Du hast ja vollkommen recht. Das ist ja genau das und dann, es ist auch eine Scheiß-Situation, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das wollte ich jetzt gar keine Absicht haben. Was soll man machen? Also Anton, ein cooles Spiel gemacht, musste aber raus. Das sind aber auch so diese kleinen Faktoren, die uns dann geholfen haben, weil dann plötzlich musst du diese Abwehr auch neu erstellen. Ja, du musst die Abwehr neu erstellen. Du denkst vielleicht auch schon so ein bisschen, du kannst dich natürlich jetzt auch weder als Trainer noch als Spieler da komplett aus diesen aus diesen Gedankengängen, die dann passieren, befreien sozusagen, so okay, was ist da los mit dem Mist? Wir haben am Wochenende noch ein wichtiges Spiel in der Liga. Da fängst du natürlich auch vielleicht in dem Moment an, so ein bisschen drüber nachzudenken, wenn du mal einen Moment Zeit hast. Klar, es wirft auch in dem Spiel einfach die Statik massiv über den Haufen, weil wie wir ja schon gesagt haben, Mavropanos und auch Anton waren extrem wichtig in der Abwehr und auf den Außen. da gab es schon glaube ich viele Faktoren, die dieses Spiel der Stuttgarter über den Haufen geworfen haben, aber man muss ihnen halt auch zugute halten und ich finde, das gehört auch zum fairen Sport dazu. Sie haben sich nicht aufgegeben, sie haben bis zur letzten Minute alles gegeben und haben noch dran geglaubt, dass sie das Ding irgendwie drehen können. Ist genau das und das ist ja auch, also es war insgesamt eine gute Leistung. Ich glaube, jeder VfB-Fan kann da, wir werden gleich darüber sprechen, dass es halt ein paar Kontroversen gab, aber jetzt allein von der Leistung der Spieler, da siehst du hier eine Mannschaft, die in die Bundesliga gehört. Ich finde es krass, wie Sebastian Hoeneß die Innenverteidigung stabilisiert hat. Jeder macht da einen guten Job. Ito, Anton, Mavropanos, das ist in Ordnung. Die Spieler davor sind auch alle motiviert. Sosa würde mich komplett aufregen, schwachsinnige gelb-rote Karte, also da würden auch andere Trainer anders reagieren. Das ist jetzt nicht mein Job, aber da muss ich sagen, dass der VfB ist in einer wirklich aufsteigenden Formkurve, die haben es jetzt ganz knapp nicht ins Finale geschafft. Auch, lieber René, auch weil eine strittige Situation am Ende des Spiels zu, ich will mal sagen, schon ein wenig ein Glück für uns positiv ausgegangen ist. René, es gab diese merkwürdige Situation, es gab diese Situation, wo gesagt wurde, war das ein Handspiel im Strafraum? der Frankfurter Eintracht, war das ein Handspiel? Was meinst du, war Buter derjenige, der Übeltäter, der da wirklich mit der Hand dran war, sodass man sagen könnte, mit der Einführung, sodass man sagen könnte, es gibt einen Elfmeter? Was ist dein persönliches Gefühl gewesen? Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich eins in dieser Saison gelernt habe, dann, dass ich diese Handspielregel, so wie sie heute existiert und angewendet wird, nicht mehr verstehe. Also ich hätte mich am Ende wahrscheinlich auch, naja, beschert hätte ich mich trotzdem, aber es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn es einen Elfmeter für uns gegeben hat. Gegen uns meinst du? Gegen uns. Ich bleibe dabei, was ja glaube ich auch hier Kollege Phil in eurer Fußball 2000 Reaction nach dem Spiel gesagt hat, wenn du so viele Wiederholungen brauchst, um die Frage zu stellen, war das jetzt oder war es das nicht? Dann kann es nicht so eindeutig gewesen sein, dass man da die Entscheidung rumdreht. Ich fand im, in der, in der, in der Live-Bewegung oder im, im Spielzug an sich, war es ganz schwierig zu erkennen. In der Wiederholung fand ich schon tendenziell eher zu sagen, das ist jetzt kein absichtliches Handspiel, weil klar, Mutter hat die Hand auf dem Rücken von Gürassi. Ich meine, es ist immer noch ein körperbetontes Spiel, der versucht den so ein bisschen da hin und her zu schieben, vielleicht auch aus dem Gleichgewicht zu bringen. Gürassi geht dann so kurz vor, bevor der Ball kommt, geht der so ein bisschen an der Seite, Bruder merkt das, zieht dann den Arm weg, der kriegt den so ein bisschen an den Oberarm. Also es war für mich nicht eindeutig und ich fand im Nachhinein die Aussage von Schlager nachvollziehbar, zu sagen so, nee, ich war mir relativ schnell sicher, dass es kein Handspiel ist, die Bilder haben mich da auch bestätigt. Ich fand es aber halt auch gut, dass er dann gesagt hat, okay, es ist vielleicht jetzt auch eine wirklich arg schwierige Situation. Ich nehme mir jetzt die Zeit, ich gehe jetzt raus, weil da willst du natürlich in dem Moment auch einfach keinen Fehler machen. Also ich fand es in dem Moment von der Herangehensweise nachvollziehbar und natürlich bin ich da als Eintracht-Fan überglücklich, dass es nicht gegeben wurde. Ich kann aber an der Stelle auch jeden Stuttgart-Fan und Spieler und Stuff verstehen, der einfach sagt, dann ist die größte Scheiße zwischen Kapstadt und Feuerland. Also kann ich alles nachvollziehen. Sehe ich ganz genau so. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Im Endeffekt, es ist eine sauschwere Entscheidung gewesen. Ich finde, es ist eine Entscheidung, die man so oder so, die man so oder so hätte beurteilen können. Ich fand, im ersten Blick habe ich gedacht, nee, niemals Elfmeter, was soll das denn? Und ich bleibe auch dabei, dass man sagen kann, nee, das ist ja auch, es ist ja kein bewusster Gang zur Hand, das ja sowieso nicht. Aber ey, wenn wir die Stuttgarter, würden wir auch sagen, ey, das kannst du geben. So weißt du, was ich meine? Das ist doch, seien wir ehrlich. Und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Ich meine, als Fan bist du emotional, du siehst diese Situation und du siehst, ey, das kann halt auch genau das Ding sein. Das kann jetzt dieser Elfmeter sein, der dich jetzt irgendwie wieder zurück ins Glück bringt. Hat er nicht. Und ich glaube, es war nicht verkehrt und ich glaube, dass hier Schlager durchaus auch richtig entschieden hat. Aber klar, du kannst es auch anders entscheiden und wäre es anders entschieden worden, hätten wir uns nicht beschweren können. Das ist, und da muss ich wirklich sagen, der Schiedsrichter am Ende der größte Depp so. Was soll er machen? Was soll er machen? Also ich finde, das ist eine heftige Situation gewesen. Er hat es so beschieden und ich will aber noch mal ganz kurz sagen, etwas, was durchaus auch ein bisschen mit reinspielen kann und vielleicht in der Gesamtsituation man nicht komplett außer Acht lassen sollte, ist die Tatsache, dass wir in der 37. Minute auch eine Situation hatten für uns, die nicht zu einem Elfmeter wurde. Da gab es ja, da gab es die Kontrolle. Ich muss auch sagen, das hätte man übrigens auch, als Zagadou deutlich am Fuß von Kolo Moani war, hätte man auch hier anders behandeln, beantworten können und wurde ja auch kein Elfmeter. Insofern, wenn ich das noch mit reinnehme in diese 98. Minute, komme ich auch zu keinem Elfmeter. Aber, ob man das aufrechnen sollte, es steht auf dem anderen Blatt. Ich will es nur mit reinbringen. Kannst du wahrscheinlich am Ende des Tages dann nicht. Also auch diese Situation mit Zagadou und Moani finde ich auch schwierig zu entscheiden. Klar, Moani, technisch hochbegabter Spieler, versucht da den Ball so ein bisschen dran vorbeizuschippen, ist in einem vollen Lauf. Ich glaube, wenn du da so im Vollspeed bist, reicht schon die kleinste Bewegung, um dich da ordentlich aus dem Tritt zu bringen. Gerade auch bei Zagadou weiß man, der hat ja in der Vergangenheit und in den vergangenen Spielen auch schon Elfmeter verursacht. Also der ist da jetzt auch nicht der geschicklichste. Ich glaube, auch an der Stelle kann man das so oder so entscheiden und aufrechnen würde ich es auf keinen Fall. Wichtig finde ich einfach nur, das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, die Begründung von Schlager für seine Entscheidung fand ich nachvollziehbar. Und ich finde es auch an der Stelle gut, dass ein Schiedsrichter dann sagt so, ja natürlich hat er die Hand da oben, aber es ist halt auch ein Zweikampf und da rennt er halt nicht mit dem Arm auf dem Rücken durch den Strafraum. Also dass da ein Schiedsrichter ist, der das auch anerkennt und das in seine Entscheidung mit einfließen lässt und nicht einfach nur steril irgendwie nach, was steht auf dem Papier entscheidet, finde ich auch gut, weil das ist das, was wir in diesem Spiel ja auch haben wollen, dass da auch ein Stück weit Situationen berücksichtigt werden, die halt auch mal ein bisschen anders da sein können, als man sie sich irgendwie im Labor ausdenkt und da auf diesen Zettel schreibt. Ja, es ist genau so. Also es ist genau das. Insofern, es ist schwierig, der Schiedsrichter ist es tough, er ist rausgegangen, hat sich diese Situation sehr, sehr lange angeschaut und natürlich sind wir im Glück und ich glaube, ich bleibe weiterhin dabei, insbesondere mit der Situation in der 37. Minute kann man insgesamt dazu kommen, dass das auch absolut gerechtfertigt ist. Ich kann jeden Stuttgarter verstehen, ich muss weiterhin sagen, die Stuttgarter haben ein tolles Spiel gemacht. Ich will aber auch sagen, dass die Eintracht sich das jetzt ein bisschen auch erarbeitet hatte mit einer wirklich teils furiosen zweiten Halbzeit. Im Endeffekt musst du ja auch sagen, dass das 2-3, was der Anschlusstreffer war, der dann wieder diese Brisanz reingebracht hat, war auch ein bisschen, ja, war ein unglückliches Tor. Ja, die Eintracht war eigentlich gerade weiter nach vorne. Ich will sagen, das war ein enges Spiel, aber wirklich, und jetzt kommen wir so vielleicht zu diesem Ergebnis, also was bedeutet das Ergebnis? Was machen wir jetzt mit dem Ergebnis, wo ich sagen muss, die Eintracht hat gezeigt, dass sie wieder da ist und was ich neben den reinen Spielszenen irgendwie toll fand, war für mich so ein bisschen die Art und Weise, wie ich gesehen habe, dass die Spieler alle gemeinsam jubeln, sei es auf der Bank, sei es auf dem Spielfeld, dass jeder sich für den anderen gefreut hat. Irgendwie hatte ich das die letzte Zeit so ein bisschen vermisst. Natürlich, wir haben auch keine Spiele gewonnen, wo man das hätte sehen können, aber ich habe das vermisst und plötzlich sehe ich wieder, da ist ja ein eigentlich doch relativ eingeschworener Haufen. Ja, also finde ich auch, das ist etwas, woraus du jetzt gerade für die letzten Spiele die nötige Motivation schöpfen kannst. Du hast dich jetzt belohnt für die vielen Mühen, die wir in den vergangenen Spielen investiert haben. Du hast jetzt einfach auch dieses Erfolgserlebnis, du hast jetzt nochmal Motivation, du weißt, das Ding endet jetzt nicht einfach irgendwie total irgendwie fernab von allem, im schlimmsten Falle irgendwie auf dem neunten oder zehnten Tabellenplatz und du hast halt einfach eine Saison, die extrem gut und die auch extrem ja historisch und mit viel aufladenden Momenten begonnen haben, am Ende so irgendwie in die Kürze gefahren, sondern du hast noch dieses Highlight hinten dran, auf das du dich freuen kannst, also beziehungsweise die Frage, ob man sich darauf freuen kann, können wir vielleicht gleich nochmal erklären. aber du hast halt einfach dieses besondere Erlebnis noch, du hast halt jetzt die aktuelle Situation, über die du dich feiern kannst, du hast dich belohnt, du hast die Energie da irgendwie untergebracht und ich glaube einfach, dass da jetzt so eine Mannschaft wie unsere Eintracht für die letzten vier Ligaspiele schon nochmal so ein Funken oder so ein bisschen Extra-Spirit da rausholen kann und wenn man mal ganz ehrlich ist, wir sind jetzt in der Liga irgendwie drei Punkte hinten dran, also wenn wir uns da jetzt nochmal ordentlich strecken, dann kann man da schon dem einen oder anderen das Leben nochmal ein bisschen schwer machen. Also auch da ist es, es wird halt immer schwieriger, aber es ist auch da noch nicht komplett aussichtslos, wenn du jetzt einfach die Energie da auf den Platz kriegst und ich glaube dafür ist so ein Erlebnis und so ein Erfolg einfach Gold wert. Glaube ich natürlich überhaupt gar nicht, wenn ich ehrlich bin, also wenn wir jetzt dazu kommen, was wir damit machen, muss ich ehrlich sagen, dass ich denke, das ist jetzt ein einziges DFB-Pokal-Ding, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die Liga noch irgendwas reißen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man das jetzt alles auch darauf ankommen lässt, ob das jetzt so gut ist oder ob das nicht so gut ist. Ja, die Frage ist halt, was du jetzt halt kurzfristig damit schon machst. Ich meine, wenn wir jetzt, wir können ja jetzt gleich erstmal über Pokal sprechen und über das Finale, aber wenn du halt jetzt, wenn ich jetzt trotzdem überlege, du gehst jetzt mit dieser Energie aus diesem Spiel raus, in die Vorbereitung, du bist vielleicht noch so ein bisschen, weil die Zeit ja jetzt auch zwischen gestern und dem Samstagspiel ist ja jetzt nicht so wahnsinnig groß. So, du bist jetzt schon direkt in der Vorbereitung, du hast keine großartige Zeit nachzudenken, dann gehst du, so hoffe ich es und so male ich es mir aus, am Samstag in Hoffenheim auf dieses Feld und siehst einfach, dass dieses halbe Stadion mit Eintracht-Fans voll ist. Ja. Ich glaube schon, dass du da nochmal Motivation draus ziehen kannst und wenn du das jetzt einfach schaffst, so von Spiel zu Spiel aufrecht zu halten, dann sehe ich da schon noch Möglichkeiten, weil das Restprogramm würde es an sich zulassen. Du, ich finde es super, dass du so optimistisch bist, ich sehe es tatsächlich jetzt aktuell einfach nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass der Eintracht so ein bisschen die Liga verloren hat, also auch für sich so, also ich weiß nicht, also ich tue mir einfach schwer damit, weil ich das in der letzten Zeit einfach nicht gesehen habe, ich habe auch gegen Augsburg jetzt nicht gesehen, dass die Eintracht irgendwie großartig die letzten Drive auch hat. Ganz ehrlich, das ist bei mir auch super dünnes Eis, wenn du mich jetzt nach diesem, ohne den Pokal, nach diesem Augsburg-Spiel befragt hättest, dann hätte ich gesagt, alles klar, wir brauchen die letzten Spiele überhaupt nicht antreten, lass uns einfach hier den Sack zumachen, wir verstecken uns jetzt einfach die nächsten acht Wochen irgendwo unter der Decke, ich will mit keinem Menschen mehr was zu tun haben, das ist der größte Schwachsinn ever. Also das ist bei mir ganz dünnes Eis, wenn das am Samstag echt großartig nach hinten losgeht, dann bin ich auch sofort wieder in dieser Depri-Stimmung drin, weil die letzten Spiele lassen halt eigentlich, wenn du jetzt das Pokalspiel außen vor lässt, lassen halt eigentlich keine andere Schlussfolgerung zu, als dass wir es am Ende großartig verkackt haben, um mal in diesen Metaphern zu bleiben. Ja, genau, kann genau das sein, aber ich glaube, wir haben halt diesen Ausweg jetzt und dementsprechend bin ich da relativ optimistisch, wir schauen mal, was in der Liga passiert, weil im Endeffekt ist es jetzt gerade wieder so eine Blackbox. Ja. Spielt die Eintritt sich jetzt vielleicht wirklich wieder in den Rausch? Ist es jetzt wirklich der Startschuss gewesen, um jetzt zu sagen, okay, jetzt halt den Rest so gut wie möglich? Im Endeffekt ist es ja jetzt auch so, das wirst du auch so sehen, dass es jetzt weniger um die reinen Ergebnisse geht, denn wir sind jetzt halt so weit auf Platz neun, und jetzt erwartet auch niemand mehr was irgendwie, dass wir jetzt in der Liga noch überhaupt irgendwie großartig performen, steht jetzt eh in den Stern, wenn wir da natürlich natürlich jetzt irgendwie von hinten jetzt mal kommen, dann sagt niemand nein, aber man geht jetzt nicht mehr davon aus. Für mich ist es jetzt eher wichtig zu sehen, dass die Eintracht jetzt konsequent wieder in ihr Leistungsmaximum kommt. Genau. Und das Leistungsmaximum so nach oben drückt, weißt du, dass du jetzt merkst, okay, gegen Hoffenheim, du hast es ja angesprochen, vollkommen zu Recht, dass man halt jetzt halt sagt, okay, gut, Hoffenheim mal schauen, aber dass du dann wieder sicherer bist, dass die Abläufe wieder stimmen, dass vielleicht auch mal die Null steht, und wenn du dann mit einem Null, Null oder Eins, Null für die Eintracht dann da rausgehst, auch, wir dürfen nicht vernachlässigen, dass das immer noch so ein Ding ist, dass da unten ja Leute, Vereine drin hängen, und auch Hoffenheim ist bei weitem noch nicht da raus, Hoffenheim hängt mit genau da drin und wenn Stuttgart, wenn wir jetzt über Stuttgart sprechen, dass die echt einen guten Lauf haben, dann müssen wir eigentlich vielleicht auch für Stuttgart kämpfen und sagen, allein drei Punkte gegen Hoffenheim zu holen, damit sich Stuttgart aus eigener Kraft vielleicht auch in Sachen Klassenhalt befreien kann, da müssten wir unser Teil dafür beitragen. Ja, also das sind für mich zwei ganz wichtige Punkte, das eine ist diese vier Spiele in der Liga, die sind jetzt tatsächlich das Bonusspiel, wie es das DFB-Pokalspiel für Stuttgart war, die jetzt einzig und allein dafür dienen sollten, die Motivation und die Moral in der Mannschaft hochzuhalten, das Selbstvertrauen zu stärken, die Sicherheit zu bekommen, weil der tatsächliche finale Endpunkt, im wahrsten Sinne finale Endpunkt dieser Saison, der kommt am 3.6. in Berlin und der andere Punkt, was du auch gerade eben richtig gesagt hast, ich habe keinen Bock, dass wir uns am Ende der Saison vorwerfen lassen müssen, dass wir dafür gesorgt haben, dass am Ende Stuttgart vielleicht absteigt und Hoffenheim drin bleibt, weil wenn ich die Wahl habe von denen, die da jetzt gerade eben ganz hinten in der Tabelle stehen und irgendwie drum kämpfen müssen, dann wäre Hoffenheim und Hertha so die ersten beiden, die ich gerne da nicht mehr drin hätte, einfach weil ich sage, Stuttgart und Schalke hätten so aus meiner Sicht mehr verdient und würden der Liga mehr Anreiz geben als die anderen. Da habe ich keinen Bock, dass wir uns da nachher irgendwas anrechnen lassen müssen. Nee, das ist genau das. Du willst auch nicht derjenige sein, der irgendwelche Leute, irgendwelche Mannschaften in der Liga hält, die es eigentlich ja vielleicht auch mal verdient hätten, mal mit dem Gang runterzugehen und der VfB ist dagegen eine Mannschaft, die gerade echt alles probiert. Und auch Schalke ist eine Mannschaft, die jetzt in der letzten Zeit wieder gezeigt hat, dass die da unterwegs sein können. Aber die Eintracht muss auf sich gucken. Das heißt natürlich jetzt gegen Hoffenheim auf jeden Fall auch wirklich in Stimmung kommen, in die richtige Stimmung kommen, eben für das Finale, sich einspielen, dass Automatismen plötzlich wieder laufen, dass du beispielsweise diese Defensive, die du jetzt vielleicht für die letzten, lass es für die letzten fünf Spiele der Saison sein oder lass mal strategisch nochmal Hasebe raus, damit er dann irgendwann wieder fit ist. Aber ansonsten, er verändert da gar nicht viel, lass sie wieder Sicherheit bekommen, damit die dann, weil peakfit sind, denn es ist doch unfassbar. Die Eintracht hat es geschafft, mit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart erneut ein Pokalfinale zu erreichen. Die Eintracht war jetzt, wenn ich das richtig rechne, insgesamt seit 2017 in vier Pokalfinals, also drei beim BfB. Also sie war in drei und das ist jetzt das vierte, genau. Genau, ist jetzt genau, genau, genau und wenn du dir dann überlegst, wie krass das jetzt eigentlich ist, dass wir so oft so weit oben sind, wir waren ja auch, Halbfinale habe ich jetzt noch gar nicht mitgezählt, da war die Eintracht auch nochmal dabei, wenn du überlegst, einmal international und einmal national so. Also das ist ja völlig krass, welche Entwicklung die Eintracht mitgemacht hat und dass wir jetzt erneut nach 2018, sage ich mal, die Möglichkeit haben, das ganz, ganz große nationale Gold, den Pokal zu holen, ey, da sind wir wieder angefixt, denn es ist möglich, es ist nur noch dieses eine Spiel, es ist nur noch diese eine Partie, wo jeder der Spieler, auch die, die Eintracht verlassen, jeder einzelne Spieler ein ganz klares Nahziel hat, denn, mir können alle Leute viel erzählen, aber mit einem Pokal von der Mannschaft wegzugehen, von einem Verein wegzugehen, mit einem Pokal, auch so früh in der Karriere von vielen, erneut zu zeigen, welchen Wert man hat, das muss auch eine Eigenmotivation sein, ein Kolomuani, der eine sehr, sehr gute Runde gespielt, ein Kolomuani, der aber gleichzeitig auch das ganz, ganz große Gold auf internationaler Ebene bei der Weltmeisterschaft gerade so nicht geholt hat, der könnte sich aber jetzt schon mal irgendwie gefallen lassen, vielleicht halt den DFB-Pokal zu holen, das ist, glaube ich, etwas, was ihn selbst motiviert, ich glaube, der braucht keine Motivation, der strahlt das aus, aber auch so ein Spieler wie Daichi Kamada, Daichi Kamada war damals ein, ja, ich will mal sagen, fast nebensächlicher Spieler, als die Eintracht den DFB-Pokal geholt hat. Mittlerweile hing viel der Verantwortung, viel der, wie soll ich sagen, der religionshaften Überzeugung an ihm und jetzt ist er an der Zeit und muss halt leisten. Und vielleicht ist das jetzt dieser krönende Pokalabschluss zu ihm. Bei Kolo wäre es sogar übrigens der zweite Pokal, ich glaube, der hat ja sogar schon einen gewonnen, ich glaube, ja, 21, 22 mit Nantes, also einige haben diese Erfahrung, ein Lindström würde das mit Sicherheit noch gerne mitnehmen, egal wo es hingeht, auch ein Gb So, wenn Gb So am Ende sagt, der wird safe nach der Saison gehen, aber, na gut, ich habe jetzt bei Eintracht Frankfurt einfach zwei fucking Pokale geholt, überlegt er das mal. Und ich glaube, da liegt eine Eigenmotivation und die Motivation scheint auch beim Trainer ganz, ganz groß zu sein. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Kamada jetzt nach diesem Spiel nochmal dieses Statement gemacht hat, so nach dem Motto, ja, ja, ihr habt mich alle abgeschrieben, aber ey, ich habe hier auch, wenn ich gesagt habe, ich gehe, habe ich immer noch einen gültigen Vertrag und ich hänge mich da rein, finde ich halt an der Stelle auch einfach wichtig, weil er sich damit ja auch ein Stück weit selbst unter Druck setzt, weil die Aussage kommt ja nicht von irgendwem, sondern die kommt von ihm selbst. Das heißt, er muss da jetzt auch liefern, also er selbst macht diesen Druck auf. Und das finde ich dann einfach auch gut, dass er das tut. Ja, definitiv. Und ja, das sind genau die einzigen Aussagen, die ich jetzt eigentlich großartig hören will. Ich muss auch sagen, ich weiß, es ist alles schwierig, ich weiß, zu Recht sind Leute wegen der Saison in der Liga in Übellaunigkeit gefangen und ich finde das auch nicht gut. Da ist echt viel gelaufen, wo ich echt sage, das gefällt mir so nicht, weil die Saison zum Teil in der Liga einfach verschenkt wurde, das ist einfach ein Fakt. Aber was bringt es dir denn jetzt? Jetzt bringt dir nur noch eins, es bringt dir nur noch, dass die Möglichkeit da ist, das ganz, ganz Große nochmal zu erreichen. Ein Pokalsieg, innerhalb von zwei Pokalsiege, innerhalb von fünf Jahren. Holy Quackamody, in welcher Welt leben wir hier? Dann haben wir mehr Pokal als wieder Top-Vereine. Ich erinnere mich noch dran, wie wir mit dem Podcast angefangen haben, in dem festen Glauben, dass wir niemals irgendwie einen Titel der Eintracht großartig sehen können. Und jetzt haben wir national eingeschafft, da haben wir schon gesagt, das ist das Höchste der Gefühle, besser wird es nicht. Dann haben wir den internationalen Pokal, also, und wie du schon richtig gesagt hast, vier Pokal-Teilnahmen seit 2017, was das Jahr, die erste Saison war, nachdem wir ganz knapp in der Relegation uns in der ersten Liga gehalten haben. Also wir haben einfach so eine krasse Entwicklung genommen, wenn man das so in Summe betrachtet, kann da keiner irgendwie böse sein. und auch Glasner hat es ja auch im, ich glaube, das war im Interview oder in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, vor ein paar Jahren hätten wir mit Kusshand es genommen, wenn wir so lange oben mitgespielt hätten und die Saison am Ende das vielleicht auf Platz 9 ohne großartig mit dem Abstieg in Berührung gekommen zu sein, hätten wir mit Kusshand genommen und einfach durch diese Entwicklung in den letzten Jahren ist das jetzt schon unsere Definition von, wir haben die Saison am Ende des Tages in die Grütze gefahren. Also das muss man sich halt auch mal überlegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt okay ist, dass wir auf dem neunten Platz abschneiden werden oder vielleicht auch ein bisschen besser oder vielleicht auch ein bisschen schlechter, sondern da sind, wie du schon richtig gesagt hast, Dinge schief gelaufen. Die muss man sich jetzt im Nachhinein genau angucken, was war der Grund dafür, aber das machen wir nicht jetzt, weil das bringt uns jetzt nichts, sondern jetzt heißt es, Fokus auf diese vier Spiele in der Liga, dort die Mannschaft nochmal zu festigen, und dann am dritten Sechsten das Pokalfinale in Berlin und da einfach dann dafür sorgen, dass sowohl stimmungstechnisch das in Hand der Eintracht ist, als auch am Ende der Pokal in den Händen der Eintracht ist, weil auch da, so sehr wie ich nicht möchte, dass wir uns am Ende anrechnen lassen müssen, dass Hoffenheim wegen uns in der Liga bleibt, möchte ich auch nicht derjenige sein, der dafür sorgt, dass dieser Dosenklub den zweiten Titel in seiner Vereinsgeschichte bekommt. Habe ich null Bock zu. Es ist exakt das, es ist genau, was du sagst, und da muss die Eintracht einfach, ja, jetzt die ganze Energie reinstecken, sie muss die ganze Energie reinstecken, klar für sich irgendwie zu ziehen, wie man die nächsten Wochen, es ist jetzt noch, ja, es ist noch fast ein Monat, jetzt angeht, ziemlich genau, ja, genau einen Monat, die in den nächsten Wochen jetzt angeht, um einen Plan zu entwickeln, auf Top-Motivationslevel, auf Top-Physis-Level zu kommen, weil, das ist ganz klar, Red Bull ist unfassbar stark, was die am Dienstag gemacht haben, wie abgezockt die waren, wie die ein, äh, eine gute Freiburger Mannschaft wirklich, ähm, an die Wand gespielt haben, das ist fucking gefährlich, aber wer, wer, wenn nicht die Frankfurter Eintracht könnte, genau das, die Eintracht hat oftmals gegen Leipzig gezeigt, zu was sie imstande ist und zu was auch die Fans gemeinsam, wenn wir alle wieder alles geben, wie wir gemeinsam am Start sein können, ich glaube, da geht richtig, richtig viel. Ich merke jetzt schon, der Hype ist wieder da, der Run ist wieder da, jeder hat schon Bock, jeder denkt schon darüber nach, wie komme ich nach, wie komme ich nach Berlin, ICE wird gecheckt, Tickets, dies, das, wann geht es rund, jeder ist wieder angezündet, ich bin heute durch Frankfurt gelaufen und habe wieder extrem viele Leute im Eintracht Merch gesehen, das ist sowieso keine Seltenheit mehr, aber heute sind Leute wieder mit Trikots rumgelaufen, weil sie sich wieder, haben emotionalisieren lassen, weil sie sich wieder haben mitnehmen lassen in diesen besonderen Flair des DFB-Pokals und dieses Eintracht-Dings, weil es ist tatsächlich so, die Eintracht kann einen Pokal, sie muss alles dafür geben, es muss auf den Punkt diese Motivation herrschen, aber ich glaube, ein Glasner kann das und dann werden wir schauen, was nach dieser Saison ist, aber jetzt zählt das hier und jetzt und jetzt zählt der 3. Juni und in Berlin ist alles möglich und dann kann man das schaffen, was letztes Jahr leider, leider, leider Freiburg nicht geschafft hat und zwar das Schlimme bewahren, dass Leipzig nämlich den Pokal holt, vielleicht machen wir es besser, wir haben oft gezeigt mit krassen Aktionen, mit ordentlichen Aktionen, wie man Leipzig bespielen muss, wie man auch auf Fan-Ebene zeigt, dass man auf diesem Verein keinen Bock hat und wenn alles zusammenkommt, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Die Eintracht ist genau der Verein, der in der optimalen Art und Weise die Möglichkeiten hat und es ist nicht nur der Verein und am Ende sind es auch die Spieler, am Ende sind es die Spieler, die sich selber motivieren müssen, aber das genau auch können, die nochmal bis ans Limit gehen. Jetzt Kevin Trapp, wirklich Pokal, warum nicht, geile Kiste, G.B. Sow, sein Abschiedsgeschenk vielleicht, das ist ein Sebastian Rode vielleicht, ja, bei dem es ja auch schon so ein bisschen die Sache ist, Karriereende, ja, wer weiß, wird jetzt nochmal mit dem DFB-Pokal abtreten, klingt doch ganz gut, dass Leute wie Linström, wer weiß, ob Götze über die Saison hinausbleibt, Kolomuani, die wollen alle, die wollen alle, die werden alle bis an die Spitzen motiviert sein, auch wenn es um den eigenen Marktwert geht, wie in Lukas Alario oder in Raphael Bore, die auch vielleicht danach auch weg sind und vielleicht irgendwie sehen wollen, wo sie andocken könnten, auch die würden sich nichts sehnlicher wünschen, als im Pokalfinale das entscheidet, Tor zu machen. Genau da müssen wir wieder hinkommen. Ich glaube, die Eintracht kann das und jetzt voller Fokus über Kritik können wir danach sprechen. Die nächsten Wochen werden Hype, die nächsten Wochen werden Motivation, werden Training, Konzentration. Das ist alles, was zählt. Ja, und ich glaube, wichtig, was du auch gesagt hast, ist einfach, man muss jetzt auch gucken, dass man diese Wochen nutzt, um auch geistig, wie auch körperlich wieder in Form zu kommen. wir haben jetzt einfach auch viele Spieler, die jetzt gerade aus einer Verletzungszeit irgendwie kommen, die jetzt einfach auch da wieder in ihren Rhythmus reinkommen müssen. Ich meine, den Bimba hat jetzt schon viele Spiele oder Spielminuten wieder in den Knochen, aber der war jetzt auch lange weg, der muss jetzt einfach wieder in den Rhythmus kommen. Dika war jetzt das erste Spiel nach den zwei Wochen, der muss wieder so ein bisschen in den Rhythmus kommen. Man muss gucken, dass beim Moani die Adduktoren jetzt einfach auch da wieder laufen. Ich glaube, in Rode ist für so Spiele auch immer wichtig. Der hat einfach auch schon wahnsinnig viele Spiele in den Knochen, wo wir uns so immer wundern, wie viele Spiele kann der Kerl überhaupt noch machen? In Hasebe hatte jetzt gegen Stuttgart auch wieder extrem gutes Stellungsspiel, aber er war halt auch, glaube ich, der älteste oder ist jetzt der älteste Vorlagengeber in dem Wettbewerb. Ist er ja auch nicht ohne Grund. Da muss er jetzt auch einfach gucken, reichen die Körner noch, wobei ich mir an dem noch am wenigsten Sorgen mache. Der kann wahrscheinlich, wenn der 80 ist, noch irgendwie 15 Mal mehr laufen als wir zwei zusammen. Der safe auf jeden Fall. Aber auch da musst du jetzt einfach gucken, dass du jetzt auch da die Physios und die medizinische Abteilung, die muss da jetzt auf Hochtouren laufen, damit wir einfach auch da mit voller Kapelle einreisen können. Es ist genau das. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt. Ich bin optimistisch, aber jetzt muss alles dafür getan werden. Und ja, dann ist alles möglich. Aber wie geil es ist, dass die Eintracht das echt wieder geschafft hat. Wie geil auch die Pokalshirts waren. Wie geil auch die Tatsache ist, dass jetzt plötzlich doch so schnell diese Eintracht, auch diese Eintracht-Community, die Fanszene, wieder angezündet werden kann. Und jetzt haben wir einen Fokus. Wir haben ein Ziel. Und ja, let's go. Geil. Ich habe Bock. Ich habe auch richtig Bock. Das müssen wir aber trotzdem, glaube ich, noch mal zumindest kurz über Hoffenheim am Samstag sprechen. Weil ich glaube, Bock haben wir da auch alle und Fans sind auch vor Ort. Du hattest gerade eben aber schon gesagt, naja, die Abwehr am besten jetzt irgendwie so spielen lassen. Wenn ich jetzt so Klaas nach dem Spiel höre, dann ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass diese Abwehr da wieder so zusammenspielt. Weil Tuta hat sich in Stuttgart dann noch irgendwie die Schulter, glaube ich, so halb ausgekugelt. Das sah irgendwie ungeil aus, ja. Das sah irgendwie ungeil aus. Hasebe klagte ja auch so ein bisschen über Schmerzen in der Hüfte. Und in Nika hatte ich ja gerade eben schon gesagt, ob der jetzt schon direkt das zweite Spiel über die volle Distanz gehen kann, ist auch so ein bisschen fraglich. Also das wird halt auch abwehrtechnisch, wenn ich jetzt überlege, Tuta fällt aus, Hasebe braucht irgendwie eine Pause und Nika ist noch nicht im Rhythmus. Also da wird halt auch Abwehr eher so Schweizer Käse ähnlich. Ja, müssen wir mal abwarten. Also im Zweifel müssen wir da wieder kreativ sein. Ich bin auch relativ unsicher, wer da jetzt irgendwie spielen könnte. Tuta sah tatsächlich sehr, sehr ungesund aus, ja. Also ich hoffe, das sind halt auch so Dinge. Ich meine, der war ja noch einer derjenigen, die, naja, auch aus der letzten Zeit jetzt nicht komplett irgendwie da von der Kappe waren. Insofern ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn der jetzt ausfällt. Müssen wir mal gucken. Also ich habe keine Ahnung, wie es bei der Eintracht dann im Endeffekt läuft. Ich kann mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere Spieler auch noch mal ein bisschen Schonzeit bekommt. Vielleicht ist auch mal für Götze irgendwie nicht so verkehrt, mal jetzt endlich aufzuhören mit dieser ganz scheiß Mutzerei oder so. Aber vielleicht braucht er gerade, vielleicht braucht gerade der diese Situation. Vielleicht ist es tatsächlich eher so, dass wir sagen, lass uns so wenig Wechsel wie möglich machen und gerade da vorne mal wieder ein bisschen Routine reinbringen. Was meinst du lieber da vorne mit dieser Routine reinbringen mit den Spielern, die wir jetzt gestern drin hatten? Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil du musst ja auch irgendwie, also ich finde Kamada hat auf dieser Position echt gut funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Lindström, der auch wieder irgendwie da ist, dem du natürlich auch wieder jetzt so ein bisschen in diesen Rhythmus reinbringen musst. Bei Götze bin ich immer so ein bisschen unsicher. Braucht er jetzt eine Pause oder braucht er einfach noch mehr Druck? Ich glaube, das ist auch so eine Art von Spieler, der unter großem Druck einfach noch mal ein bisschen besser funktionieren kann. Ja. Ich tue mich da in der Offensive tatsächlich gerade eben echt schwer. Ich glaube, ich würde aber tendenziell wirklich sagen, lass einen Kamada drin, lass vielleicht einen Lindström mal von Anfang an spielen und lass einen Götze mal ein bisschen, ein bisschen tatsächlich raus, mal das eine Spiel, einfach mal gucken, wie sich das so balancetechnisch irgendwie ausgeht. Und ich bin nach wie vor, auch wenn Rode jetzt nicht fit ist, ein großer Freund davon, Ebimbe auch mal auf dieser zentralen Position spielen viel lassen. Hat er ja gestern auch nicht schlecht gemacht. Genau, viele denken ihn ja immer so als rechts außen und natürlich, er hat die Schnelligkeit, er hat die Technik, er hat halt auch die Körpergröße. Ich glaube aber auch, er hat die Übersicht, also der wäre auf so einer zentralen Position auch nicht verkehrt. Also ich würde wahrscheinlich, wenn du mich jetzt nach einer Aufstellung in der Offensive fragst, ich glaube, Moani braucht den Rhythmus, dahinter Lindström, Kamada, auf den Außen, wahrscheinlich links, Knauf, rechts Buta, Ebimbe Sow. Das heißt, ich befürchte, also ich befürchte wirklich, wenn es in der Innenverteidigung spielen wird, weil wir da halt irgendwie basteln müssen. Weil ich habe ein Fragezeichen bei Tutor dran, wegen seiner Schulter. Ich habe ein Fragezeichen bei Endika dran, weil ich nicht weiß, wie gesagt, vom Rhythmus her, ob der das jetzt schon kann. Das wird sich dann, glaube ich, jetzt zeigen in den nächsten zwei Trainingsrunden. Ich glaube, ein Hasebe, der schafft noch ein Spiel, aber dann brauchst du da halt irgendwie einen und dann wäre wahrscheinlich die Aufstellung irgendwas so, na, wenn es gut läuft, ist es Lenz, Endika, Hasebe und dann ist nur Tutor raus. Wenn es halt ganz schlecht läuft, also in Anführungszeichen schlecht, dann hast du halt irgendwie so ein Ding wie Lenz, Hasebe, Toure da hinten, was halt schon irgendwie arg, arg geflickt ist. Also da ist viel Das wäre schon sehr abenteuerlich. mit im Spiel, ne? Ja, das muss ja jetzt tatsächlich nicht sein. Ja, ich sag ja, mit schlecht Loll. Ja, also Toure ist halt leider komplett raus gewesen in der letzten Zeit, das ist dann schon irgendwie krass. aber du hast doch sonst halt auch keinen, was willst du denn machen? Nee, du hast sonst keinen mehr, nee, ich gebe dir ja vollkommen recht, das ist halt mir ärgerlich, wenn das wirklich passiert. Du könntest anstatt einem Toure noch mit einem Jakic. Der kriegt das wahrscheinlich auch safe hin, der ist motiviert, der hat das ja auch schon, hat das ja auch schon gemacht, als Tutor nicht greifbar war. Also wahrscheinlich würde ich dann eher mit einem Jakic gehen, weil ich glaube, der ist noch ein bisschen näher an Spülrhythmus dran, als an einem an einem Toure. Ja, ja, ich glaube, dann würden wir es eher so machen. Aber es ist trotzdem wildgewürfelt. Es ist trotzdem wildgewürfelt, aber ich finde, wir müssen, ja, wie gesagt, wir müssen versuchen, die Offensive, wenn es geht, einigermaßen zusammenzuhalten, in der Defensive sind wir jetzt irgendwie sehr gebeutelt. Es geht darum, Offensiv diese Ordnung reinzubekommen, Defensiv vielleicht nach dem Spiel dann auch wieder, aber es ist klar, mir ist am wichtigsten, dass ich jetzt keine MFLs vor Berlin, das muss man auch sagen. Ja, also das definitiv, du musst trotzdem da volle Kapelle in die Spiele reingehen, einfach um da das Selbstvertrauen jetzt hochzuhalten und auch keine Wettbewerbsverzehrung, genau. So, aber klar, das Thema Verletzungen spielt da natürlich auch immer eine Rolle. Auf jeden Fall, aber gut, wie gesagt, das klingt aber jetzt doch so, als hätten wir so einigermaßen herauskristallisiert, was so möglich wäre, das wird schon ein bisschen in ein Roulette, was denkst du denn jetzt ergebnistechnisch? Kannst du dir einen Sieg tatsächlich vorstellen? Ja, kann ich. Also ich glaube, ein Sieg ist drin, auch wenn die Statistiken, wenn ich jetzt rein mal gucke, so mit geschossenen und gefangenen Toren, riecht das halt sehr nach einem Unentschieden, ich glaube, aber wir haben jetzt einfach aus diesem Stuttgart-Spiel das Nötige mehr an an Motivation und wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Karten am Ende des Tages an Eintracht-Fans gegangen sind, aber es werden deutlich mehr sein, als der reguläre Verkauf, also da wird auch ordentlich Eintracht auf dem auf den Zuschauerrängen sein. Also ich gehe von einem Sieg aus, gefühlstechnisch hätte ich jetzt gesagt, ist es ein, wahrscheinlich ein 2-1 oder 1-2. Ja, würde ich natürlich sehr, sehr gerne nehmen, also ich gucke mir das auch, das Spektakel mal wieder in Hoffmein an, ich habe tatsächlich, hast du das dritte Mal oder so, ich glaube tatsächlich auch eine ganz gute Bilanz, also insofern nehme ich das gerne mal mit und ein 2-1 wäre natürlich Bombe, ich bin mal ein bisschen skeptischer und sage, es wird ein 2-2, aber immerhin mal wieder zwei Tore von der Eintracht und halt, ja, ein Spiel, was wir zumindest offensiv dann schon wieder ein bisschen überzeugender sehen. Ich finde die Idee, die du gesagt hast, auch Knauf wieder mit reinzubringen, halte ich für eine gute Idee, wie du gesehen hast, wie der jetzt auch schon wieder gejubelt hat, welche Motivation auch der hat, dem gelingt vieles jetzt in der Saison nicht, ich hoffe, dass er trotzdem einen Anschlussvertrag bekommt, um dann weiterhin seine Performance bei uns abliefern zu können. Ich denke, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, aber ich glaube, diesen schönen Aufwärtsdrehen, den wir jetzt mal jetzt wirklich auch genießen können und schau dir mal an, wie geil war das, dass der Diver den Olli Glasner gemacht hat, wie ernst und ehrlich das das gemeint hat und wie er dann mitgesungen hat mit den Eintracht-Fans, übrigens auch eine mega starke Sache, die Eintracht-Fans könnten irgendwie in einem, ich sag mal so, Erfolgspublikum, wie bei Bayern, hätte wahrscheinlich Olli Glasner schon ausgefiffen, weil er so mehrere Monate mit seiner Mannschaft nicht mehr gewonnen hat. Nee, scheiß drauf, immer weiter, das ist Eintracht Frankfurt, immer weiter, ja fuck it, was soll man machen, es geht weiter, irgendwie müssen wir sehen, irgendwie zusammenstehen und am Ende wird Olli Glasner genau dann für so ein Spiel dann gefeiert, es gibt Streicheleinheiten, man merkt, man ist noch beieinander und das ist für mich eigentlich mehr als immer nur Gewinn, 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 sondern man sieht, hier sind Menschen beieinander, es läuft nicht immer alles rund, aber man kann ein Happy End, wenn man sich richtig anstrengend erreichen und das ist für mich sehr, sehr wichtig und das ist für mich tatsächlich so ein bisschen der Spirit, in den ich jetzt eingleiten will für die nächsten Wochen, wo ich sage, eine Einheit, eine Eintracht. Ja, das wären fast perfekte Schlussworte, wenn wir nicht noch zwei andere Themen haben, über die wir zumindest kurz sprechen müssen. Einmal natürlich das, worüber wir uns auch freuen, wo wir auch wunderbar in dein Spirit eine Eintracht weitergehen können, nämlich uns Axel Hellmann bleibt weiterhin der Eintracht erhalten, hat sich gegen, was war es, die DFL, den DFB, die DFL, entschieden, hat sich zur Eintracht bekannt, warum er das nicht früher gemacht hat, hat er in der Pressekonferenz auch klar gemacht, dass das einfach auch so ein Stück weit abhängt, ich war von diesem ganzen Investorengezuchtel, was man da bei der DFL gerade eben macht und er da keine Unruhe reinbringen wollte, weil ich glaube, sonst hätte er sich schon deutlich früher dazu geäußert, ist im Nachhinein alles nachvollziehbar, auch da ist vielleicht wieder mehr draus gemacht worden, als tatsächlich irgendwie Fleisch an diesem, an dieser Elefantenmücke dran war, aber ich glaube, wir können froh sein, dass Axel Hellmann da bleibt, weil ich glaube, das ist einfach für die zukünftige Ausrichtung der Eintracht eine immens wichtige Personalie. Ja, wir haben es bei Fußball 2000 ja auch schon angedeutet und du sagst es vollkommen zu Recht für uns oder für mich persönlich, Axel Hellmann, derjenige, der das Band zwischen der Vergangenheit oder, ja, beziehungsweise in den letzten Jahren immer in den Händen hielt, während sich auf verschiedenen Ebenen, sei es beim Trainer, sei es beim Manager, sei es bei den Spielern, viel Rotation eingespielt hat, was irgendwie im Profifußball auch ganz natürlich und normal ist, so ist er doch derjenige, der diese Etappe mitgemacht hat, sie maßgeblich geprägt hat, für jede unfassbare Professionalisierung steht und ja, er ist das Gesicht davon und er ist derjenige, der die Eintracht zusammenhält. Wir werden gleich auch nochmal über einen anderen Aspekt sprechen und es ist ein unschätzbarer Wert. Ich bin sehr, sehr froh, dass er bei der Eintracht bleibt und am Ende vielleicht sogar diese Eintracht auch stellvertretend, wenn ich mal meinen, zum nächsten Pokalsieg führen kann. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, es geht auch für all die Ansprechpartner, die in den nächsten Monaten, Wochen bei der Eintracht aufschlagen werden, auch um Kontinuität. Denn bleibt ein Olli Glaser nach der Saison, wir wissen es nicht. Er bekommt ja andere Angebote aus vielleicht England oder so, sehr gut vorstellbar. Guck mal, der hat in zwei Jahren zwei Pokale geholt, im Optimalfall, wenn wir jetzt ganz optimistisch sind. Stell dir mal vor, dann ist natürlich alles möglich, aber was kontinuierlich bleibt, ist ein Axel Hellmann und das ist sehr, sehr wertvoll. Insofern beste Meldung. Ja, und ich glaube auch, er ist sehr nah an dem Sport dran und hat sehr realistische Einschätzungen, auch was das Thema, wie bekommt man Geld in den Verein und in die Liga, ohne sich jetzt irgendwie komplett bis aufs Unterhemd da nackig machen zu müssen und die Seele irgendwie zu verkaufen. Also ich glaube, das ist einfach auch wichtig an der Stelle und ich bin da, wie du schon auch gesagt hast, sehr, sehr froh drüber, weil er einfach in den letzten Jahren gezeigt hat, in welche Richtung der Verein sich entwickeln kann, wenn da die richtigen Leute und da gehört er zweifelsfrei dazu, da mit an den richtigen Stellen sitzen. Ja, das ist es und du siehst natürlich auch, wie er doch in Gesprächen bei anderen Vereinen war, dass plötzlich der FC Bayern irgendwie in welche Art und Weise, das wissen wir ja alles nicht, da aufgeschlagen ist. Was davon konkret war, was davon hineingeheimnis wurde, wissen wir nicht. Aber allein die Tatsache, dass es eine Verlinkung gab, zeigt, wie gute Arbeit Axel Hellmann auch macht und wie wenig gute Leute es eigentlich in der Bundesliga davon gibt. Insofern, wir können froh sein, dass wir den in unseren Reihen haben, aber, René, ich sage es jetzt, wie es ist und das ist ja das nächste Thema, wir werden nicht alle immer in unseren Reihen halten und in unseren Reihen haben und wenn wir die Breaking News mehr oder weniger das Kicker hier jetzt schon mal ein bisschen droppen wollen, ist es offenbar so und das ist ja jetzt auch nicht unfassbar überraschend, muss man sagen, der Zeitpunkt, jetzt wird es klar, wird es ein bisschen, ein bisschen überrascht, dass Peter Fischer offenbar am Ende dieses Jahres nicht mehr Eintracht Frankfurt Präsident sein wird. Ja, also der Zeitpunkt überrascht mich jetzt tatsächlich, dass das diese Richtung geht nicht, also er war ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch im Vergleich zu vorherigen Jahren doch auch sehr ruhig. Ja. Dann war natürlich diese ganze Thematik rund um dieses, dieses Kokain-Thema, was sich ja dann auch so ein bisschen als nicht so ganz korrekt herausgestellt hat, dann noch da, was so ein bisschen die Stimmung getrübt hat und es hatte ja Axel Hellmann, um da auch so ein bisschen den Connect zu haben, in seiner, in seiner Pressekonferenz, die glaube ich, Stuttgart war gestern, vorgestern, am Dienstag war, hatte er ja schon angedeutet, dass es eben auch mit den verschiedenen Personen in der AG, aber auch im Verein Gespräche gab und dass man sich da auch verjüngen will und dass man da ein Konzept gehen will, also auch da wurden ja schon Andeutungen gemacht, dass da auch in Richtung Verein Veränderungen angestrebt werden, Veränderungen dahingehend, dass dann da auch vielleicht jüngere Personen irgendwie in die entscheidenden Posten kommen, um auch eine langfristige Thematik zu haben und wenn wir noch einen Schritt weiter zurückgehen, muss man natürlich auch sagen, bei der letzten Mitgliederversammlung, wo das Präsidium gewählt wurde, gab es ja auch schon einen herben Einbruch der Stimmen von Peter Fischer, wo er in den Jahren davor noch weit über 90 Prozent hatten, waren es dann jetzt, glaube ich noch so 67, 68, wenn ich das richtig im Kopf habe, also man merkt einfach auch schon, dass da eine gewisse, ja wie soll ich sagen, so eine gewisse Überdrüssigkeit vielleicht auch stattgefunden hat und man auch da überlegen muss, okay wie können wir da jetzt langfristig die Strukturen verändern, von daher, dass man in diese Richtung überlegt und da vielleicht das ein oder andere verändert, nachvollziehbar, dass man da jetzt und das hat mich in den vergangenen Wochen schon aufgeregt und das regt mich ja auch so ein Stück weit auf, wo wir eigentlich jetzt gerade gesagt haben, wir wollen uns in diesen vier plus x Wochen auf den spielerischen Betrieb konzentrieren, die Motivation hochhalten, da jetzt wieder so diese Unruheveranstaltung reinbringen, mit Verweck, ganz im Gegenteil Fischer vorzeitig, also weiß ich nicht ne ist bei mir genau das Gegenteil ich kann es nachvollziehen aber ich sehe es genau anders denn das ist nochmal zusätzlich so ein Ding auch in Peter Fischer der mit klaren Ansagen, der mit einer klaren Aussage, der mit einem Firebeast-Modus die Eintracht auch mit zum Sieg geschrien hat sei es also in allen Situationen das war ja tatsächlich früher so als er keine Ahnung ein paar streikenden Geld Eintracht-Fans Geld gegeben hat damit sie nicht mehr streiken und damit der Bus dann passieren kann in Zeiten wo es schlecht lief dann war er das absolute Firebeast ist jemand der diese Emotionalität vollkommen mitträgt und dass er jetzt auch zum Ende dieses Jahres dann abtritt halte ich also für ihn natürlich aus persönlichen Gründen ich glaube es ist jetzt so langsam in einem Alter wo man auch mal ein bisschen abtreten kann ein bisschen zurückgehen kann ich glaube diese ja diese Situation was da auch verhandelt wurde wo es dann im Endeffekt darum ging ja gibt es denn gibt es denn ein Verfahren gegen ihn ich glaube das hat ihm wahrscheinlich schon ganz schön zugesetzt aber ich glaube dass sowas es war klar am Ende ist klar dass es nach der Saison sowieso es gibt nach der Saison ein Ende einer Ära das war klar die Frage ist wie hart fällt man fällt man überhaupt hart und wie das die neue Ära aussieht deswegen finde ich es eigentlich total geil wirklich alles jetzt nochmal aufs Finale zu fokussieren alles nochmal dass jeder weiß das ist das letzte Finale für sehr viele Spieler das ist das letzte Finale für Peter Fischer das ist jetzt nochmal dieser ganz krasse Boiling Point es kommt alles zusammen die Eintracht braucht diese Emotionalität um gegen Leipzig bestehen zu können und ich glaube egal wie die nächsten Wochen sein werden ein bisschen psychologische Kriegsführung die kann dann Peter Fischer nochmal droppen weil er ganz genau weiß er muss nicht mehr wiedergewählt werden weil er ganz genau weiß hier am Ende des Jahres ist eh alles vorbei kannst du alles machen jetzt ist die Eintracht die alte Eintracht wieder da die vielleicht auch mal wieder diesen Biss spürt auch die anderen mal ein bisschen anzupissen und selber zu zeigen wo der Hammer hängt insofern ich finde es gut ich finde es persönlich total gut dass jetzt klar ist es wird am Ende des Jahres was passieren mit Peter Fischer er wird den Verein als Präsident da dementsprechend verlassen mal gucken wer der neue wird ich hatte jetzt was von einem Herrn Matthias Beck gelesen persönlich mir nicht bekannt da warten wir einfach mal ab ich glaube dass die Eintracht natürlich in den Sondierungen sehr genau guckt wer da irgendwie neu passen könnte da habe ich ehrlich gesagt keine Bedenken da werden wir uns hier im Eintracht Podcast zu gegebener Zeit auf jeden Fall auseinandersetzen aber es ist schon so der Fischer hat die Eintracht zu einem sehr sehr guten Verein gemacht war mit dafür ursächlich war mit auch als Aushängeschild in sehr vielen positiven Momenten da hat sich klar gegen Diskriminierung und so weiter und sofort geäußert war auch in unangenehmen Momenten immer mal da mit klaren Aussagen ich glaube er hat alles das was in seiner Macht stand zur Verfügung stehende getan um diesen Verein zum Erfolg zu führen und ich glaube das könnte jetzt mit einem ganz ganz großen finalen Titel sein Ende finden Ja das ist ein Punkt der fiel mir dann auch in dem Moment ein wo ich dann mit meiner mit meiner Ausführung zu Ende war dass du damit natürlich dieses dieses Eintracht Pokalspiel nochmal emotional deutlich aufladen kannst eben mit dieser Storyline okay wir hatten schon diese Momente es ist die letzte Möglichkeit für unseren langjährigen Präsidenten hier diesen Titel einzufahren also ich glaube damit kriegst du das Ding nochmal ordentlich nach oben gepusht ja das ist glaube ich ein wichtiger Punkt den hatte ich so direkt nicht auf dem Schirm alles gut alles für Berlin also ich bin ich bin ich weiß nicht ich finde es auch geil ich finde es auch insofern geil dass die wichtigste Personale mit Helmann ist jetzt einfach geklärt so und jetzt kommen jetzt wie du gesagt hast jetzt kommt diese jetzt kommen jetzt kommen andere Aspekte die jetzt noch mit reinfließen wir kriegen das alles hin ich habe jetzt wieder das Gefühl dass die Eintracht das alles hinbekommt sie hat und das war so wichtig darüber haben wir vor ein paar Wochen gesprochen das Heft des Handelns wieder in die eigene Hand genommen nicht mehr dass andere Schlagzeilen produzieren nicht mehr dass andere über die Eintracht reden sondern die Eintracht redet jetzt wieder über sich selbst und schafft es die Weichen für sich und für das was passiert zu stellen Helmann bleibt die Eintracht ist im Pokalfinale es wird einen geordneten Übergang mit Sicherheit im Präsidium geben wir sind wieder da jetzt eine Richtung Richtung Berlin ja auf geht's auf geht's das ist doch sehr schön und mit diesen wunderbaren Worten würde ich sagen machen wir hier den Sack zu für diese Woche sei denn du hast noch irgendein Thema über das du ganz aggut sprechen möchtest lieber mal nein nein gut dann machen wir die Sendung hiermit zu die Woche ist jetzt nicht mehr allzu lang meine Damen und Herren und dann steht auch schon das nächste Eintracht Spiel vor der Tür Samstag 15.30 in Hoffenheim wie ihr gehört habt Marvin ist vor Ort also wenn ihr ihn seht drückt ihm eine Weißweinschorle in die Hand da freut er sich ganz bestimmt und dann melden wir uns in der nächsten Woche wieder und können hoffentlich über Tore für die Eintracht Punkte für die Eintracht gegen Hoffenheim sprechen und hoffentlich über ganz viel Moral und Motivation der Mannschaft und uns weiterhin drauf fokussieren was da am 3.6. in Berlin in diesem DFB-Pokalfinale hoffentlich passieren wird bis dahin meine Damen und Herren machen sie es gut auf five sie so Outro